Daten, Daten, Daten sind die Folge der zunehmenden Digitalisierung. Sobald wir digitale Endgeräte verwenden, ganz egal ob es im Beruf, beim Einkaufen oder auch in der Freizeit geschieht, produzieren wir bewusst oder vielleicht auch ganz unbewusst digitale Daten. Wenn wir uns von A nach B bewegen, werden Geodaten von unserem Mobiltelefon aufgezeichnet. Wenn wir bezahlen, unsere Bankbewegungen und wenn wir uns auf sozialen Medien bewegen, unsere digitalen Spuren. Das alles führt zu einer Unmenge an Daten, aus denen neue Erkenntnisse oder Unterstützungsmöglichkeiten gewonnen werden können. Dies ist alles im letzten Jahrzehnt unter dem Schlagwort Big Data bekannt geworden. Data Analytics umfasst heute also ein Forschungsfeld, in dem die Daten, die nur notwendigen, aufgenommen, gefiltert, aufbereitet und mit unterschiedlichen Methoden analysiert werden. Und es gibt bereits spezielle Studiengänge zur Ausbildung als Data Scientist. Jetzt fallen natürlich auch im Kontext der Hochschullehre Daten an oder beim Lernen an sich. Und durch die zunehmende Online-Lehre wird auch das Lernen immer mehr in den virtuellen Raum verlagert. Und es ist dann ganz egal, ob wir von einem intelligenten Tutoring-System, also einem System, welches Informationen speziell für eine Information aufbereitet, reden, von Lernspielen oder auch einfach nur die Nutzung von Informationssystemen für den Lehralltag, also den allseits bekannten und mittlerweile sehr verbreitenden Lernmanagement-Systeme. All diese Überlegungen, wie Daten im Lehr- und Lernkontext erhoben und interpretiert werden können, führen zum Schlagwort Learning Analytics. Man hat also begonnen, darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel aus Daten, die durch die Studierendeninteraktion anfallen, Lernfortschritte erkennen und unterstützen kann, wie Lerndaten entsprechend und hilfreich visualisiert werden können, wie man weitere empirisch fundierte Einsichten zum Lehr- und Lernverhalten gewinnen kann, sowohl als Selbstdiagnose für Studierende als auch als Feedback für Lehrende und wie man mit der Interaktion mit Lehr- und Lernmaterialien weiter optimieren oder das didaktische Konzept anpassen kann, wie man potenzielle studienbezogene Herausforderungen erkennen kann oder wie man sogar Vorhersagen über zukünftiges Studierendenverhalten generieren könnte. Aber vielleicht alles einmal nach der Reihe nach. Ich würde gern kurz die historische Entwicklung von Learning Analytics beschreiben und danach eine erste Begriffsdefinition vorstellen. Der Begriff Learning Analytics taucht 2010, also 2010, erstmalig auf und wird insbesondere durch die Gründung der International Conference on Learning Analytics and Knowledge, abgekürzt mit LAK, einem internationalen Publikum 2011 vorgestellt. Die beiden Konferenzchairs George Siemens und Philipp Long beginnen damit eine jährliche Konferenzserie, die heute zu den wichtigsten wissenschaftlichen Konferenzen im Themenfeld zählt. Auf eben dieser ersten Konferenz 2011 wird eine erste Definition von Learning Analytics von Long und Siemens veröffentlicht. Sie schreiben, Learning Analytics ist die Messung, Sammlung, Analyse und Auswertung von Daten über Lernende und ihre Analyse und Auswertung zum Zweck des Verständnisses und der Optimierung des Lernens und der Umgebung, in der es stattfindet. Wenig später beschreibt ein weiterer Learning Analytics-Pionier Eric Duval Learning Analytics folgendermaßen. Learning Analytics bedeutet, Spuren zu sammeln, die Lernende hinterlassen, um diese dann zu nutzen, um das Lernen zu verbessern. Beide Definitionen rücken also die Lernenden stark ins Zentrum der Betrachtung und beginnen damit einen neuartigen Diskurs, der sich in der Zwischenzeit natürlich auch verändert bzw. weiterentwickelt hat. Bei näherer Betrachtung ist es gar nicht so einfach, gerade im Hochschulwesen eine klare Abgrenzung möglicher Datenanalysen zu machen, da je noch betrachtungsweise viele Daten dem Lehr- und Lernbereich zugeschrieben werden können. Ferguson unterschied 2014 bereits jedoch für das Hochschulwesen in folgende vier Bereiche. Erstens High-Level-Analytics. Hierunter fallen Analysen, die generell für eine Hochschule notwendig sind, und zwar vorrangig für deren Steuerung und Verankerung, wie zum Beispiel Rankings und Wissensbilanzen. Zweitens Academic Analytics. Dazu gehören Analysen, die helfen, organisatorisch die Studien zu unterstützen, wie zum Beispiel Darstellung der Prüfungsaktivität innerhalb von Studien. Drittens Educational Data Mining ist eigentlich der älteste Bereich und beschäftigt sich primär mit der Erkennung von Mustern und Verhaltensweisen, um das Lernverhalten zu steuern, ist heute wohl die Basis für sämtliche KI-Anwendungen im Lehr-Lernbereich. Und viertens Learning Analytics zielt letztendlich auf den eigentlichen Lehr- und Lernalltag ab und möchte gezielt auch Lern- und Lehrpersonen unterstützen, das Lernen eben weiter zu optimieren. Im Zentrum der Betrachtungsweise stehen also primär die Studierenden, in einer partikulären Lehrveranstaltung oder in einer Studienphase oder auch in einem ganzen Studium. Natürlich sind diese Übergänge nicht wirklich trennscharf, ganz im Gegenteil sehr fließend, da oft die gleiche Datenbasis zur Anwendung kommt. Cooper erweitert den Diskurs auch noch um eine Zeitschiene und den damit verbundenen Erkenntnisgewinn. So kann man zum Beispiel in die Vergangenheit schauen, um einerseits Modelle zu entwickeln und diese mit Daten zu hinterlegen oder in die Gegenwart, um einen Eindruck zu bekommen, was gerade abläuft. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, auf Basis von Daten Zukunftsprognosen zu geben, um Lernsituationen besser einschätzen zu können. Auf Basis dieser Erkenntnisse und auch den eigenen langjährigen Erfahrungen hat sich 2019 eine Arbeitsgruppe des Forums Neue Medien in der Lehre Austria, kurz FNMA, zu einer Definition verständigt, die Learning Analytics folgendermaßen beschreibt. Learning Analytics umfasst die Analyse, die Darstellung und die Interpretation von Daten aus Lehr- und Lernsettings mit dem Zweck, dass Lernende ihr Lernen unmittelbar verändern können. Diesem 2019 von der Arbeitsgruppe formulierten Verständnis nach stehen die bzw. der Lernende im Zentrum der Betrachtung und sie oder er soll unmittelbar von der Datenanalyse profitieren können. Verständnis nach Place